Auch die längst ausgestorbenen Takatana sind zurück. Das muss ich mit Jade spielen. Er ist auf ihre Macht angewiesen. Kotals Speer haben Takatana-Krieger zu Kaitins verlorenen Schwarm zurückverfolgt. Der Heimat Devorahs. Da sie an Shao Kans Flucht beteiligt war, fangen wir dort an. Berichte, was du erfahren hast. Ich muss mich mit den Götterältesten beraten. Wann geht's los? Auf dich warten andere Pflichten, Prinzessin. Gewinne Königin Shivas Unterstützung. Sie ist entscheidend beim Kampf gegen Kronika und Shao Kahn. Sicher kannst du. Königin Shiva vertraut mir nicht. Seit meinem Kampf mit Goro tut das kein Shokan. Shiva war deine Meinung stets am wichtigsten. Erfährt sie. Dass du Kotal unterstützt, schließt sie sich uns an. Shiva, hä? Wenn es meine Pflicht so verlangt. Danke, Prinzessin. Bist du meine Freundin oder seine Gefährtin? Das war meine Idee, Kitana. Es ist in deinem Interesse. Wenn du bei Shiva Erfolg hast, wird die Kotal seine Treue spüren. Für Oshtek wie ihn gibt es keine heiligeren Bande. Hm, sie wird ja nervös. Klar, denn hat er... ...hat das Pferd das gleiche wie er. ... Du hast dich wirklich nicht sehr verändert in all diesen Jahren. Du bist immer noch der edle Krieger, den ich an Shao Kahns Hof kennengelernt habe. Nun bist du, Kahn. Erstaunlich, dass bisher noch keine Frau deine Königin geworden ist. Viele haben's versucht. Und sie sind gescheitert? Wieso? Sie waren nicht du. Kodl, Kodl. What the fuck? Oh, hallo. Eww. Du, das war eklig. Oh mein Gott, das ist so eklig. Eww. Was ist das? Eine Spinne? Ja, Davoros, ja. Oh ja, das ist Davoros. Davoros' stage. Deine Loyalität zu Kitanas Schuld. Sie führte direkt zu unserem Tod. Dann ist es nicht zu. Ich würde Kitanas Freundschaft mit nichts tauschen. Wie jämmerlich, dass du die Verklarung wählst. Sie und ich kämpfen Seite an Seite gegen Shao Kahn. Seine Tyrannei darf nicht andauern. Oh boy, der Soundtrack war awesome. Oh, die Stage sieht awesome aus. Hahaha. Wie war er noch mal der Scheiß? Wie war er noch mal der Scheiß? What the fuck? Eeeh, um an die Spinner, wenn der Grund an. die stage sieht so cool aus holen bitte in jeder stage mit dem stage hat gibt es ja hoffentlich hat jedes stage für tältig hoffentlich du wirst für deinen verrat bluten die sie hier sorgt für das überleben des schwarzes auch ja Oh mein Gott, mach den Mund zu, Kotl. Oh mein Gott. Oh, das ist wirklich sick, das ist cool von ihr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo hat sie denn ihre, 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 ihre Stabschand, äh, Dingshaumsah? Hat sie das nicht hier? Das ist der, das. Wenn so ruhig nicht. Oh. 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 Okay, jetzt wird es heiß Ouch Ouch Crap Ow Oh Ohohohoh Cool, Lektor aufzusteigen ich bin in meiner liga angekommen die außen Let's go Jade No collector Oh 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 Okay Dude wow, okay Oh Oh, ouch, holy shit Stellt sie auf, richtet sie hin Oh Oh cool, what Cool, kann das wirklich Oh, oh No way What No way Oh jetzt kämpfen wir gegeneinander, die Liebenden kämpfen gegeneinander. Ist das dein Ernst? Wow Okay, lassen wir uns probieren was die noch noch hat. Jetzt werden wir ein paar Key Moves nehmen hier. Okay Du kannst doch nicht deine Frau so durchbohren. Oh 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 Nix da Jadus ist nicht so meine Karte. Dein Herz ist kalt geworden Kotl Oh oh, Shaukan Hm? What the fuck? Du hörst Jad zu Kotl, äh zu Shaukan? Es ist zu spät der Tod der Götter ältesten ist deine Schuld, Raiden. Oh, shit. Deine Karten haben Kronikers goldenes Gleichgewicht von Licht und Dunkel unwiderruflich verändert. Shinnok's Enthauptung hat es besiegelt. Du bist der Inbegriff der Tugend. Du solltest das Böse bekämpfen. Ich befolge den Willen meiner Mutter. Kroniker hat dich hervorgebracht. Wie auch meinen Bruder, Shinnok. Das Dunkel zu meinem Licht. Die Natur verlangt einen Ausgleich. Gleichgewicht ist Perfektion. Du bist aus deiner Rolle gefallen und hast dieses Gleichgewicht unmöglich gemacht. Deshalb gibt es in der neuen Ära keinen Platz für dich. Du wirst nicht absiegen. Kotl Kahn wurde gefangen genommen, Raiden. Die vereinten Kräfte der Außenwelt und des Unterreichs werden deine Truppen in Schach halten. Während meine Mutter ihr Werk vollendet. Unterschätze die Kämpfer des Erdenreichs bloß nicht. Du warst zu Recht angetan von diesen Sterblichen. Sie waren gute Seelen. Oh, das habe ich schon erledigt. Mein zukünftiges Ich haut damit sicher ordentlich auf die Kacke. Gott, die Stimme von ihm ist so schlecht. Dass dein zukünftiges Ich ein Wiedergänger war, ja? Klang furchtbar, Shinnoks Marionette zu sein. Aber sie sagt, ich komme da raus. Die Erfahrung hat Dad verfolgt. Aber dann hat er, hast du, Mom kennengelernt. Sie holte dich zurück ins Leben. Die Liebe einer guten Frau, das klingt gut. Sie bedeutete Dad alles. Sie ist letztes Jahr gestorben. Seit ihrem Tod ist Dad auf der Farm. Dort fühlt er sich sicher.